Im Rahmen der Radfreude-Kampagne von Changing Cities haben uns über 700 Menschen Fotos aus ganz Deutschland zugeschickt. Heute stehen wir vor dem Verkehrsministerium, um dieses tolle Ergebnis Herrn Dobrindt zu übergeben. Schönen guten Tag, mein Name ist Hartmann. Ich bin der zuständige Referralsleiter Radverkehr im Bundesverkehrsministerium. Ja, das war der Akt, oder? Grüß Gott, Herr Hartmann. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Ich freue mich ganz besonders, hier die Ergebnisse der Radfreude-Kampagne von Changing Cities persönlich entgegenzunehmen. Denn der wichtigste Antrieb für die Verkehrswende ist das Fahrrad. Mein großer Dank gilt an all die Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement. Die Vorschläge werden selbstverständlich umgesetzt. Und ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir ab morgen eine Radoffensive starten. Erstens, im nächsten Jahr geben wir genauso viel Geld für die Verkehrsförderung aus wie für Autobahnen. Zweitens, und wir modernisieren die Straßenverkehrsordnung, damit der Radverkehr darin Vorrang hat. Saubere Luft, Umweltschutz und die Gesundheit der Menschen dieses Landes sind es uns wert. Ich sage, Radfreude statt Fahrverbote. Vielen Dank. Vielen Dank.